Naja, gut. Und, was ist hier? Hä, Moment mal, sind das Monster? Komm mal her. Mir ist egal, ob ich gegen euch kämpfe. Ach, noch Fledermäuse. Jo, das sind wirklich Monster. Witzig. Ach komm, Fledermäuse haben wir schon am Anfang des Spiels erledigt und die waren winzig, mickrig. Blö. Die konnten gar nichts. Und was können die jetzt schon tun? Okay, ich nehm's zurück, hallo. Nein, 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 ihr seid nicht winzig oder mickrig, ihr seid... Wow, stark, Fledermäuse, wuuu. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, oh ja, ja. Ja, ja, ich weiß, das ist schon gut. Gut, Fledermäuse, ja. Okay, ich seh schon. Ihr seid doch nicht so schwach. Hilfe. Ihr seid doch nur Fledermäuse. Warum sind die so stark? Ah, die haben das Licht Zeons abbekriegt. Also die haben dieses Ding... Das Licht Zeons hat ja auch von den Dämonenkriegern... Ja, oder ist das ein ganz neuer Feind? Der Fledermaus-Clan, natürlich. Das ist die stärkste Elite hier überhaupt, weil die sind ja überall. Nicht nur so wie Vera, sondern so Quatsch. Ja, das... Die werden uns richtig zu schaffen machen. Fledermäuse. Ja. Das sind die Wirklichen, die wir um die wir uns Sorgen machen müssen. Mechanoiden. Was wollen die denn hier? Ja, die wollen hier sterben. Ganz eindeutig. Sonst werden sie uns nicht in den Weg bekommen. So, der ist mehr tot. Oh, Donnerdurchbohrer ist in solchen Situationen echt genial. Und der wäre auch tot. Buja Chaka. Gut, die Tour können wir uns eh verraten. Ne, magisch versiegelt und so. Ich will nicht... Ach, phew. Yeah. Da weiß ich, dass man schnell sein musste. Will ich da hin? Nein, ich will da nicht hin. Obwohl der Kristall sich dem Verdächtigen aussieht. Egal. Brauchen wir eh nicht. Oh, Vera Strat... Ähm... Kimuri und... Ähm... Einer der... Der... Ach, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Ja. Ich hatte lange keinen... Keinen solchen Spaß mehr. Aber die Simonsäger sind starke Gegnermeisterinnen. Das sehe ich auch. Oh, die haben einen... Ja, sehe ich. Was, liebe... Shikigaki, genau. Ähm... Mir scheint, wir müssen für uns versetzt zurückziehen. Ohne Shikigaki als Versterbung wäre das ein Aussichtslunder Kampf. Ihr brecht. Bleibt. Und es bleibt uns nichts anderes übrig. Sie sind geflüchtet. Wir kümmern uns um die anderen eindringen. Jeden drei an den Schalter. Yeah. Oh. Schalter? Das waren Veras und Kuimuri. Doch sie scheinen geflüchtet zu sein. Die Dämonenjäger dürften sogar für die beiden starken Kontrahenten gewesen sein. Und nun, wo müssen wir hin? Gingen wir diesen Gang weiter entlang, kämen wir zum Siegel. Jedoch wurde die Barriere schon aktiviert. Diese müssen wir erst über zwei Schalter, jeweils über den rechten und linken Abzweigungen zu erreichen, deaktivieren. Dann lasst uns gehen. Oh, aber die Dämonen haben doch gesagt, dass sie da hingehen. Ja, da ist die Barriere. Wow, eine Steinmauer. Gut, erst hier hin. Oh, ein zweiter Platz. Ähm, ja, ich speichere es mal hier. Stimmt, den anderen Spielstand muss ich noch. Ah, oh, boah. Vorsicht, der Kraft an! Lächerlich. Und diese Menschen sollen in der Lage sein, Magie anzuwenden. Wer bist du? Du hörst doch zu den Mechanoiden. Wahrscheinlich eine weitere Kommandoeinheit. Wow, ein weitere Kommandoeinheit, sagt ihr. Lachhaft vor euch steht der Anführer der Mechanoiden. Und meine Bezeichnung lautet Re-Gerien. Du bist also für die Überfälle auf Karandas und Greif verantwortlich. Euer Intellekt ist wirklich beschränkt. Was hier als Überfälle bezeichnet, ist die Restauration der Menschheit. Wir perfektionieren sie. Was? Ihr wollt die Menschheit perfektionieren, indem ihr die Menschen abschlachtet und ihre Seelen in eure mechanischen Hüllen einsetzt? Exakt. Der Körper dieser Menschen ist viel zu anfällig für allerlei Arten von Gebrechen und Schmerz. Es ist deshalb schon seit jeher der Bestreben der Menschen, ihre unsterblichen Seele und Körper zu transferieren, die vor Verfall, Schmerz und Tod gefeilt sind. Wir Mechanoiden sind Produkte dieser Bestrebung und werden die Ziele unserer Erschaffer weiter vorantreiben. Nach tausend von Jahren, in dem die Technologie von den Magiern unterdrückt wurde, ist es verständlich, dass die Menschen sich uns nicht bereitwillig hingeben. Das liegt allerdings nur an den schmutzigen Magiern, solche Menschen wie ihr es seid. Wir werden die Magier ausrotten. Nur die magieunbegabten Menschen werden übrig bleiben, um ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einzunehmen. Aber die Magier, die ihr bekämpft, sind doch auch Menschen. Keineswegs. Die Definition eines Menschen beinhaltet nicht das Nutzen von Magie. Magier sind wieder natürlich Kreaturen, doch einige sich ihre Seelen hervorragend. als Energiequelle für uns Mechanoiden. Und deshalb werde ich euch nun eure Seele entnehmen. Versuch es doch, Mistkerl. Keine Sorge, ich bin gerade dabei. Oh mein Gott, es ist Gerien. Ähm. Hm. Eine Maschine. Ähm. Verstandsproch werde ich wohl nicht bei einer Maschine einsetzen sollen. Oh mein Gott, es ist Gerien. Um es nochmal zu sagen, oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich nochmal sagen, oh mein Gott. Jetzt wird spannend. Ich hoffe mal, dass der uns nicht so viel Kummer bereiten wird. Nein. Aha. Was war das mit dem Kummer nochmal? Hm. Okay, neue Strategie. Ja. Ja, neue Strategie jetzt. Mach hin. So. Neue Strategie. Ganz normal. Und du setzt Heilungslicht ein. Nein. Und du darfst nicht nochmal an. Versuch mal vor Erschlag. Ach, vor ein Glück. Ah, der kann sogar verwirren. Ähm. Pythons im Dschungel. Ähm. Schrecklich hier rum. Gott, ich werde immer müde beim Let's Play. Das ist nicht zum Aushalten. Na, was habe ich gerade gesagt? Neue Taktik? So. Ähm. Das wird nicht viel bringen. Nein, ich nehme einen ganz normalen Zaubertank. Von wegen, das wird nicht viel bringen, aber es bringt jetzt nicht, den zu verschwenden. So. Feuerschlag. Schwarze Hand. Donnerdurchbohrer. Und. Was labere ich da? Heilungslicht. Und Feuerschlag. Ich habe nämlich. Und was? Nein. 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 Oh, Sorate. Was soll denn das? Nein. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie ich drei Gärchen am besten besiegt habe. Weil damals war ich nicht so stark wie jetzt auf diesem Level. Oh. Satoshi ist schon wieder da. Das ist gut. Ja. Heilungslicht ist immer noch am besten damit. Oh. Oh. Kuma auch wieder da. Das ist gut. Oh. 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 Nein, nein, nein. Attacker hoch ist nie gut. Ja. Besiegt. Oh. Und Level up. Und Level up. Schön. Schön. Sehr schön. Einfach nur Stärke. So. Ihr habt meine Prognosen erfüllt. Eure Seelen sind sehr stark. Schön für dich. Wir werden dich jetzt töten. Das glaube ich kaum. Ihr habt meinen Körper beschädigt. Aber deswegen bin ich nicht gleich geschlagen. Ich ziehe mich für selbst zurück. Was ich hier gesucht habe, ist ohnehin nicht da. Ich denke, das Problem wäre gelöst. Betätigen wir den Schalter. Kling. Das ist einer der Schalter, die wir betätigen müssen, um die Barriere zu deaktivieren. Worauf warten wir dann noch? Vielen Dank. Ja.